Wer kennt das nicht? Der Kühlschrank ist mal wieder leer und zu den vorhandenen Resten fehlt das passende Rezept. Michael will sich im Supermarkt inspirieren lassen, doch das riesige Angebot sorgt bei ihm für noch mehr Ratlosigkeit. Abhilfe schafft seit neuestem sein Smartphone. Eine neue App liefert das Rezept der Woche und die passende Zutatenliste gleich dazu. Das ist für uns eben ein wichtiges Kundenservice und Bindeglied, um unsere Kunden zu informieren und sie auch bis nach Hause zu informieren. Also nicht nur mit dem Flugblatt, sondern dann, wenn eine Frage, sag ich mal, Inhaltsstoffe entsteht, kann er zu Hause nachgucken, direkt am Küchentisch, sag mal, was ist eigentlich E320? Kim, so der Name der App, ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Jeder Supermarktbetreiber kann sich die gewünschten Bausteine auswählen und so das Programm dem Angebot in den Regalen und den Wünschen seiner Kunden anpassen. Das aktuell halten der Inhalte ist einfach und kann vom Supermarktpersonal selbst vorgenommen werden. Durch den modularen Aufbau der App sind die Kosten, selbst für kleine Einzelhändler, relativ gering. Es gibt ein Grundmodul, das heißt, das ist automatisch für die Anbindung an die Warenwirtschaft und für das System, was die Preis- und Werbekommunikation macht. Für den Kunden ist die App kostenlos. Dafür bekommt er zum Beispiel den elektronischen Einkaufszettel. Ist ein Produkt verbraucht, scannt Michael einfach den Barcode ein und der Artikel landet automatisch auf seiner digitalen Einkaufsliste für den nächsten Supermarktbesuch. Nur kochen muss Michael noch selbst die Inspiration für Bärlauchspaghetti mit Scampi und die Einkaufsliste hat Michael von der App. Ein elektronischer Freund also, eine kleine kulinarische Hilfe. Fürs echte Genießen hat Michael aber dann doch echte Freunde, die ihm beim Essen helfen. Fürs echte Genießen hat Michael von der App.